Musik 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 Manchmal kann man die Sachen direkt erspüren, man ist aber auch sehr schwer, weil natürlich die äußersten Bewege unterschiedlich sind. Wir haben beinahe den Vorteil, dass wir aus einem großen Erfahrungsschatz profitieren können, auch von der langjährigen Arbeit in der Sportstilie-Therapie. Manchmal kann man schon einiges direkt hören, aber wir ziehen uns auch oft in einer Mannschaftsartig noch so ein T-Shirt zu Rade, der dann auch noch mal rüberschaut oder mal Bilder machen lässt, um auch sicher zu gehen. Das, was wir Lendell beim Magen nicht sehen, feststellen können, dann nachher auszuschauen. Die Aufnahmen sind eigentlich mehr oder weniger die Erstversorgung abzusichern, wenn sich jetzt ein Spieler verletzt, dass man dann erstmal sofort reagieren kann und dann das Erstnötigste machen kann. Ja, ich glaube das Beste an den beiden ist, dass sie wirklich wissen, was wir Spieler brauchen. Und wie gesagt, die Jungs machen alles für uns und helfen uns natürlich auch da draußen unsere Leistung abzurufen, weil ohne die würde es sicherlich auch nicht funktionieren. Leutnant площaden Leutnant Untertitelung des ZDF, 2020